Mein Mann hat einige Male aufs Spital einen Anruf bekommen. Er solle sofort ins Spital kommen. Ich überlebe diese Stunde oder diese Nacht nicht. Natürlich habe ich mir noch früher Gedanken über Corona gemacht. Aber weil mein Leben bis dann so irgendwie leicht war und ich war total gesund und habe mir nicht so viele Gedanken gemacht, dass es so schrecklich sein kann, wie es bei mir passiert ist. Ich war drei Monate gar nicht ansprechbar. Ich erinnere mich gar nicht auf diese Zeit. Mein Mann hat mich regelmäßig besucht. Sie haben ihm das erlaubt. Er hat mir jeden Tag einen Brief gebracht und ich denke, das hat mich irgendwie energetisch. auf das Leben gehalten. Inzwischen ist meine Mutter auch gestorben und sie haben mir zwei Monate nicht gesagt. Sie dürfte nicht, weil ich in so einem schlimmen Zustand war, selber, dass sie mir nicht sagen dürften, dass meine Mutter gestorben hat. also sie mir nicht sagen dürfte nicht verhalten. Ich rufe nicht. Ich rufe mir nichts. Sie ist nicht so. Ich rufe nicht anstrengung. Ich rufe nicht anstrengung.